ist gut positioniert gott das ja gut was schon konnte steuerung funktioniert kleiner check 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 so funktioniert ja wie es sein muss das soll man sagen ja genau immer noch alles gut eingestellt super ach so na gut das gute ist mit den schoko wo kann ich jetzt überall hin kommen zumindest auf der weltkarte ja ich muss noch mal meine kamera stellen hier gut also quasi wollen wir mal hier freien fantasy 9 mit joycons spielen wie das ganze wohl funktionieren mag teste ich jetzt gerade mal auf meiner ja selbst privat gespielten datei aus hier ist vier momentan hast der baum da gehen wir rein na kommt sicher noch einiges auf und zu den games und zu leise er ist einfach warte mal kurz so hier gerade eben wollte ich das einstellen das kann ich jetzt gerade nicht so machen weil da hat das sound einstellen das kann irgendwelche haken aber gut dass ich irgendwelche tricks habe ich gerade nicht so gut hinkommen So Das sollte erstmal gut schützen Ein Zelt geklaut Den Schock Ob das überhaupt was bringt, ist die Frage Nein, vorher nicht Okay, Stopp Magie Ja Leider getroffen So Lehen Kleiner Kratzer Leider echt gut lehnen hier Die Kreaturen Nix Dunkel Ach, Schneesturm Angreifen Ähm Ich brauche nochmal Select Achso, hier Ne Auf dem Roten Muss nochmal jemanden steuern und klarkommen Ah, nein Das mag ich nicht Toll, der Timer Komm Komm Fällt mal schön jetzt Batea So Und ist immer noch Ja, stillgelegt Kann nichts machen In der Situation Flucht steht ja auch als Option Okay Okay Und Greener ist tot Muss ich jetzt erstmal wiederbeleben Und die Todesmagie Ganz großartig Und Und Der wird wahrscheinlich getroffen Es ist Eiko Außer Gefecht Solche Gegner Mag man überhaupt nicht Die einfach fortzüten Können Aber nicht Schon wieder Die nicht Sag ich sofort Eine Flucht an Und das Mach ich jetzt mal Lieber jetzt Neun Acht Okay Es geht um die Zeit Sie da Und muss leben Um zu flüchten Oder ich mach einfach das Und hoffe auf das beste Glück Aber so Gelingt das Ganze Ich ström aber nur ein bisschen Zwei Sekunden hatte er noch Bevor er drauf ging Das war richtig Haarscharf Hätte ich wahrscheinlich Eh wiederbelebt Was ist das? Wer guckt da? Wahrscheinlich drauf Okay Dieser Ort ist wirklich Nicht wirklich Gut Sondern gefährlich Und Okay Roulette Wer geht drauf? Wer geht drauf? Oh Gott Ich will nicht Dass einer meiner Es ist einer meiner Aber ein Glück Keine Heiler Die Potion Beklaut So Ammon Wiederbeleben Typisch Roulette Ja Schon wieder Jetzt sucht er sich So wieder jemanden aus Automatisch Wer wird es diesmal Wer wird drauf gehen? Es ist Aiko Diesmal ist es Aiko Okay Okay Erledigt Erledigt Ein Tupas Okay Memory Kann ich Leider nie Benutzen Heizwaffe Und K.O. Heizstattes Aber kann ich Nicht außerhalb des Kampfes Benbotzen Das ist ja Kein Problem Ich habe ja Grün Phoenix Federn Gekauft Potions Ähm Ich sollte Bering mal Ein paar Verbrauchen Weil ich habe Zu viele So Weil ich kann sonst Nämlich keine mitnehmen Das ist ja das ganze An der Sache Zu viele Potions Und dann nachher Heißt es Du kannst keine Mehr mitnehmen Ja Klar Hätte man sich ja Denken können Mit wem werden wir es Jetzt zu tun haben Ach Großartig Direkt Weg So Flucht Und sie ist gelobt 273 Gelobt Ist ja auch eine kleine Summe Aber gut Ich habe ja genügend Also Für eine gute Masse Flucht Wird es reichen Aber den Fini Sollte ich nicht Das Leveln Außeracht Lassen Obwohl ich es Bei einigen Ja geht Außer bei Erko Die könnten Vielleicht noch Stärker werden Na gut Wo komme ich Jetzt vorbei Das ist jetzt Die Frage Also genau Da habe ich Den Ort nicht Erkundet Was ist das? Alexandria Das ist Dorn hier Oh Gott Eine Erinnerung. Aha, eine Flöte. Ah, haha, okay. Hier kann ich Speicher. Aber ich habe eine neue Flöte für Aiko. Angel Flöte. Aber ich glaube, sie geht erstmal zur Silvins Flöte durch weiße Rubelenz. Ich gehe erstmal den heiligen Zauber. Bei Dispel könnte vielleicht noch für Aiko nützlich werden. Also von daher möchte ich da auch nicht lieber drauf verzichten. Ja. Äh, Vivi sollte vielleicht auch nochmal stärker werden. Ja, komm, ich nehme erstmal Steiner mit. Dann sollte es vielleicht auch gehen. Ein Zelt benutzt. Ich habe ja genügend Auflager. So. Notfalls kann ich ja immer noch rausgehen und mir eben wieder einen neuen Zelt kaufen. Es ist ja kein Problem. Die Schätze sind ja zugänglich. So. Memoria. Sie passt. Notfalls nehmen wir noch diesen Block mit. Zack. Okay, was erwartet uns jetzt hier in Memoria? Oblizion. War Greener möchte ich trotzdem mit haben. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Blaumagie lernen. Ein Sturm. Alles klar. Recollection. Ja, bin ich jetzt also. Schaut er sich um? Ach, großartig. Okay, gegen die habe ich schon mal gekämmt. Kann nichts. Okay. Artikatz, Power, Steiner, Power Break. Soul Blaze. Kann das? Also, okay. Power Break. Ach, daneben. Pool läuft. Ja, macht der voll. Deswegen ist es ja gut, das der zu haben. Das ist ja. Müssen die mal aus seinem verstärkten Wert rauskriegen. Au, ich habe ihn geschrumpft. Ob das was Gutes für mich ist. Ja, der Schaden ist zumindest verregert dadurch. Das ist gut. Okay, hat nichts gebracht. Was sagt Guino? Nee, das kann ich nicht. Das kann sie nicht. Das kann sie nicht. Das Gute ist aber jetzt. Ja, statustechnisch ist es okay. Eine bezwingbare Sache geworden. Größe kann man jetzt nicht zum Feindes werden. Das ist ja gut. Oder Sky Gamer Army. Was solltet ihr sagen? Ich weiß, so ein Final Fantasy Spiel zu bringen, ist ja auch nicht mal so eine leichte Sache, weil man viele Aufgaben hat und sowas. Oh, du Scheiße. Was tut. Ich muss dringend auf eine Magie zurückgreifen. Oder hier. Warte mal, wo habe ich das? Weißer Wind. Heiko muss erst mal laden. Steiner. Okay. Hat nichts gebracht. Stimmt, ja. Kritisch in Situationen schützt der. Weil ich das ja so eine Fähigkeit für ihn gegeben habe. Aber schützt ja. So, den haben wir jetzt beseitigt. Na also. So. Seiko ein Level Up bekommt, na ja, klar. Aber in zwei Phoenix Federn kamen, ja, so gut leben. Zumindest war das den Bestandteil gut aufrischt. Weil ich mich fast voll. Einmal noch ein bisschen mehr Items. So viel. Genji Helm. Ach, warte mal. Stimmt ja, wir haben ja Steiner mit. Von einigen Schätzen, die ich ja mit den Chocobo gefunden habe. Aha. Er hat noch stärker. Er kann damit Schock lernen. Aber vielleicht sollte ich erst mal Stonebreath erlernen. Genji Helm solltest du schon mal anziehen. Manizia. Okay, es wird Stärke, Magie, Magie, Evasion. Genji Armor. Oh, ob ich das jetzt wirklich gegen kleine Ringe will. So wollte ich. Elfenringe. Ähm. Mysterious strength. Ich hab nur mal. Absorbiert Blitz. Absorbiert Erde. Wind. Bring engine engine, which is well reflect. Okay. Aha. Licht und Schatten. Was sollte ich dir vielleicht mal geben? Ribbon. Entschuldigung. Hatte ich gerade was im Hals. Schwarze Robe. Ist eigentlich auch besser für dich. Aber das hat ja keinen besonderen Effekt. Obwohl diese Schütze eher was vorschaffen. Bistrofrog. hat statt ist das Mini. Fragt sich nur, was man noch hier finden können. Andererseits. Gegen welche Gegner kommen wir noch? Okay. Haben wir schon gesehen. Ich sag erstmal weg. Oder? Ähm. So. Geflucht. Und schon mal die Flucht. Oh, Trance. Aber ich ist nicht der Arm. Stimmt, die Leiste. Komm. Wir müssen weg. Okay. Und es geht in Einsatz. Haza hat ja funktioniert. Definitiv ist wieder Heilung wieder im Vordergrund. Ähm. Ich glaub nicht, dass ich das nehme. Das sollte jetzt erstmal reichen. Für sie dann. Äh. Ist nun die Frage, wie... Huch. Äh. Ja. Huch. Äh. Das sah jetzt komisch aus. Okay. Typisch erinnern. hänge ja ja auch geht ein paar schritte weiter nach der sehne und schon kommt der nächste gehe ich da komm rennt so super kommt weiter geht es in der sache treppe hoch was ist das zedon, kann man nicht hören, zedon, die memory are not garnets garnet Gaea, Drainage, Gaea, you will feel peace, spread unseen again. Oh, yeah, time interval. Oh, yeah, time interval. I'm going to go to a boss. Oh, no! Okay, hat nichts gekriegt. Ein Lutschwert. Das hätte ich mir denken können. Schon wieder Magie absolvieren? So, ist das dem dann, ja? Okay. Mein Gott! Sollte schützen? Sollte schützen? Ich werde das nicht mehr tun. In den Sinn. Fliegen. Amo Break. Naja. Wollte mir noch mit der anfängt. Autowiederbelebung. Oh Gott. Gut geschützt. Magic Breed. Kochen. Okay, zwei gehen in. Wollen. So, das hat ja funktioniert. Federschuhe. Federschuhe. Und Magic Breed hat auch Funktioniert. Das heißt, die Magie ist reduziert. Oh Gott. Jetzt kommt sie der. Weil ich was stehen muss. Oh nein! Ach Gott. Teilt daraus. Aber gut, dass ich ihn nicht. Ach! Stimmt ja. Boah, sie kann man ja nicht essen. Hab ich ja wieder voll vergessen. Ich hab das voll vergessen. Ah, hat noch was. Ähm. Ruf. Wieder mal die absorbieren. Das war vom Steiner. Wie viel? Ach. 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 Oh, hat das aber Schaden gemacht. Jetzt mal ehrlich. Krass, du musst das ja mal. Federschuhe. Was geht runter? Das hat ja nicht mal funktioniert. Oh nein, nicht die Stärke. saw. Was geht runter? Wohl, wohl. Sacht. Was geht runter. Okay. Das ist das. Das ist das. Das ist das. naja ein mehr oder die ja nicht schade voll daneben geht auch daneben was hast du doch für mich einen großen held aber das ist die frage die absorbierung 0 also gar nichts weg so einmal ein bisschen aufpipfen hier geht das schon wieder nicht aber ich habe wenigstens die helden ja daneben ist du es daneben ist gut die weltbeschreiter angreifen fliegen will er mich unterstützen damit scheint so oder einfach nur eine runde rauszögern durch diese failaktion schmerzig schaden verursachen nächster stehversuch nicht die erfahrung wo den p hat er gewonnen doch so was so was so hat mit dem bus war das hätte ich aus kann auch gar nicht ach stimmt ja gut ich bin froh dass ich das gewürgt hat automatische wiederbelebung war gut so wie jetzt stärke was kommt als nächstes so noch mal auto live dies war noch das richtig das hat aber funktioniert dankeschön das hat geschah hat wiederum nicht geklappt der stehversuch da war die ab ab so jahren ja genau auch hier doch alle status werse Weißer wie. So. Wollt's da schon wieder schief gehen? Ah ja. Blutschwert ist ja auch zumindest etwas. Silence. Aber das gute Steiner ist keiner. Der Magie benötigt. Das heißt, das ist absolut nutzlos für dich. Ja gut, ich kann mir nicht nie wie mit. Sonst andererseits wäre es ein bisschen blöd, weil dann ist er schon auf... Ach toll, alle MPs weg. Obwohl ich was Mächtiges einsetzen wollte. Steiner braucht jetzt eh Heilung vom Feinsten. So. Angreifen. Absorbiert Stärke. Äh... Gott, der Steiner sollte ich jetzt erstmal eine Eta benutzen. Ach, wir sind ja schon 30 Minuten drin. Aber egal. Spalte ich dann wieder auf. Ihr kennt mich ja dann. Magie. So. Magie. So. erledigt ist das ganze ist das montag so gut doch nicht so sehr schön